Ja, hallo. Hast du Lust auf eine Ausbildung zum Diplom Online Marketing Manager an der Privatuniversität Schloss Seeburg? Und hast du Lust dazu, dass dir jemand diese Ausbildung bezahlt? Dann habe ich jetzt ein ganz tolles Angebot für dich. Lass dir doch deine Top-Ausbildung zum Online Marketing Manager von einer Sponsorfirma bezahlen. Wie das geht? Ganz einfach. Dafür habe ich die sogenannte Online Marketing Safari 2017 ins Leben gerufen. Lass dich von Top-Dozenten wie Karl Kratz, Markus Tandler, Thomas Sommeräcker, Christinies Sohn, Philipp Roth und mir als Studienleiter doch einfach zehn Tage berufsbegleitend schulen, immer Freitag und immer Samstag, an der Privatuniversität Schloss Seeburg. Wie das geht mit den Kosten, mit der Safari? Ganz einfach. Die Kosten der Weiterbildung betragen 2950 Euro. Und ich habe mir überlegt, die holst du dir ganz einfach von einer Sponsorfirma und nimmst diese Firma auf diese Online Marketing Safari, die ich da unten hier beschrieben habe, nimmst du sie mit. Dafür bietest du der Sponsorfirma, dem Unternehmen, das deinen Diplomlehrgang bezahlt. Eine anstehende Online Marketing Aufgabe bietest du an, diese für diese Firma zu bearbeiten. Also eine Aufgabe, die diese Firma sowieso, die bei der Firma sowieso war, kannt ist. Das kann sein, der Website Relaunch, das kann sein, Aufbau eines Facebook Kanals, eines Social Media Kanals, das kann Content Management sein, etc. Und in unserem Lehrgang, der dir 30 ECTS-Punkte an der Universität bringt, musst du als Leistungsnachweis zwei Studienarbeiten schreiben und drei Klausuren schreiben. Und jetzt ist es doch ganz einfach, dass du einfach hergehst und für die Studienarbeiten, die ich von dir als Briefungsleistung verlange, dass du hier die Aufgaben dieses Sponsorunternehmens bearbeitest, dem Unternehmen immer wieder während der Laufzeit Feedback gibst und am Ende des Lehrgangs praktisch deine Arbeit für dieses Unternehmen bei dem Unternehmen dann präsentierst. Wenn du Glück hast, übernimmt dich vielleicht das Unternehmen und sieht, wie gut du im Online Marketing bist. Und auf alle Fälle ist es eine tolle Win-Win-Situation. Also die Online Marketing Safari bringt dir was, als derjenige, der den Lehrgang bekommt und der die Ausbildung bekommt und das Unternehmen, das für 2950 Euro eine Online Marketing Aufgabe von dir bearbeitet bekommt. Also denke ich, ist es eine faire Win-Win-Situation. Also worauf wartest du noch? Das Einzige, was du jetzt machen musst, ist, geh einfach, fang an, such dir eine Firma, Sprechfirmen an, mach ihnen das Angebot, der Link, wie das geht, wie das alles funktioniert, den habe ich euch hier unten eingeblendet und es liegt jetzt bei euch, ein bisschen Gas zu geben, einfach mal Firmen anzusprechen. Für 2950 Euro kannst du ihnen dann das erarbeiten, auf das sie schon lange warten und du bekommst eine tolle, anerkannte Ausbildung mit Top-Dozenten und eigentlich alles zu einem sehr, 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 sehr fairen Preis. Die Firmen kann ich euch natürlich nicht liefern, da müsst ihr sonst selbst ein bisschen aktiv werden. Ich denke, es ist auch ein super Angebot für all meine Studenten und Studentinnen. Geht in eure Firmen, geht da rein, wo ihr als Werkstudent tätig seid, fragt die Firmen, sprecht die Firmen an, macht ihnen dieses Top-Angebot und ja, am 22. September wollen wir starten. Noch sind Plätze frei, also gebt euch ein bisschen Mühe, gebt Gas und dann sind wir zusammen auf der Online-Marketing-Safari und ich hoffe euch da dort zu sehen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Sonntag und schaut mal, dass ihr ein bisschen Gas gebt. Tschüss, euer Peter.